Herzlich willkommen, Hamburger Segelclub. Es sind an die 200 Boote hier von Holzbooten, Traditionsboote. Und dementsprechend breit sind die Anwendungsfelder, die wir bei uns haben, in der Bearbeitung, Sanierung oder Reparatur verboten. Dafür braucht man ja auch gutes Werkzeug. Wenn ich jetzt in so ein altes Deck, was ja nun seine 70 Jahre auf dem Buckel hat, einen Lochbohrer, dann möchte ich natürlich auch wissen, dass es hinterher ein vernünftiges Loch wird. Und jetzt nicht am Rand aus, Franz, oder mir der Bohrer auf halbem Weg stehen bleibt und ich den verkannte. Da spielt auch die Qualität des Werkzeugs eine große Rolle. Es gibt verdeckte Ecken in Booten, wo man manchmal sehr schwer reinkommt. So besser ist es natürlich, wenn man dann mit leichten und kraftvollen und ausdauernden Akkuwerkzeug arbeiten kann. Und genau das macht ja die Bosch Blau-Serie. Man muss das gut greifen können, gut führen können. Und sie müssen präzise sein, weil vom schwankenden Boot, vom wackelnden Werkzeugkopf, dann bohrt man oder fräst man dort, wo man es dann an Bände nicht haben möchte. Der große Vorteil von dem Multicutter ist, dass ich eben nicht fünf oder sechs Werkzeuge brauche, sondern er setzt eben eine Stichsäge, eine Fräse, er setzt ein Schneidwerkzeug jeder Art, einen Schleifer. Es ist a sehr bequem, weil es natürlich werkzeugfrei ist, weil es intuitiv zu bedienen ist mit dem Verriegelungsmechanismus. Und auch gerade mit diesem Star-Lock, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes System, so dass man keine losen Teile verlieren kann, wenn man irgendwas auseinander baut. Man braucht eigentlich nur zwei Werkzeuge, den Multicutter und den Schrauber.